Sie haben gesagt, ich muss jetzt die Kultzeiten. Ich bin, aber ich bin ruhig und bestimmt nicht. Und der hat dann immer wahrscheinlich wieder verabschiedet. Ich hab da auch kein Wort mehr. Das ist auch nur Stress. Das war aber ein einziges Mal. Immer bin ich korrekt wahr. Ja, also sowas mache ich grundsätzlich nicht. Ich bin ja auch viel alleine unterwegs. Ich hab auch schon mal die Situation gehabt, dass da wirklich einer so anständig war. Das war es bei Fanshawe.